Hallo. Hallo. Hallo, Schatz. Wollen wir gehen? Guck mal, was ich hier ins gebaut hab. Da. Wo? Da. Wo denn? Ich seh's nicht. Da. Die Kiste? Nein, der Turm. Der Turm? Ja. Aber du hast doch gesagt, du hast was Schönes gebaut. Oh, sei doch nicht so enttäuscht. Wenn ja einer enttäuscht sein müsste, dann ja wohl ich. Na gut. Also Architekt wirst du schon mal nicht.